Hey Leute, ich habe hier das silberste Silber der Welt. Ich versuch's grad hier rauszuholen. Und so sieht's aus. Wir wollen das ja ausprobieren. Man sieht irgendwie nicht so viel. Vorher hab ich aber so einen silbernen Posca-Marker und natürlich hier einen silbernen Buntstift. Wir brauchen ja was zum Vergleichen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob der noch geht. Ich hab den noch nie ausprobiert. Ja, er geht! Oh, das ist aber auch schon ein hübsches Silber. Oh, ich bin so gespannt auf das silberste Silber. Und jetzt direkt daneben einen silbernen Buntstift. Also ich seh gar nichts. Kommen wir zum Highlight des heutigen Tages. Das silberste Silber. Das sieht so gut aus. Es sieht irgendwie schon fast aus... Oh Gott, wie Alufolie. Aber das hab ich gebraucht hier, so ein Splutsch. Und solange die Farbe jetzt trocknet, malen wir mal diese lege Packung Hubba-Buba an. Let's go. Wahrscheinlich muss man Mägelgeschichten machen. So sieht das jetzt auf dem Papier aus. Und so sieht die Hubba-Buba-Verpackung aus. Es geht so. Es sieht irgendwie ein bisschen schmierig aus, oder?